Folge 255 von Simotrans. Ja, hier unten können wir es gerade sehen, der Michael hat geschrieben, hier unten, ich glaube die, ach, wieder in falsche Taste gedrückt, ne? Ich glaube, der Zug fährt hier runter zu der Wegmarke, dreht dann um und fährt zurück, ne? Irgendwo ist da bei dem Flirt irgendwas mit dem Ding ins Falsch, sag schon. Ja, und hier fehlt definitiv Post und Personen, das hat der Michael auch geschrieben, das finde ich gut, dass er aufgepasst hat. Ich habe das wahrscheinlich einfach mal kurz eben wegrationalisiert. So, das brauchen wir und den Postkasten stellen wir dann da hin, dann passt das wieder und dann haben die da auch Post- und Personenverkehr wieder, obwohl da die Züge, aber kein Bus, aber ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt noch ein Bus langfährt, wahrscheinlich auch das nicht. So, das haben wir. Jetzt müssen wir die Linie, Luper ist an, ja, jetzt müssen wir hier mal gerade reingucken. Und der hat auch mir geschrieben, der Michael, der unbekannte Halt, den finde ich dann, wenn ich hier vorne, Linie ändere, hier vorne auf das klicke, dann springt er natürlich dahin, wo er hinspringen soll. So, das war der freie Wegpunkt. Und dann soll er, ich schätze mal, die tun sich jetzt gegenseitig blockieren, kann das sein? Äh, ja. Das ändern wir, indem wir mal gerade hier, ne, knapp daneben ist auch vorbei. So, das machen, ne? Weil dann kann der nicht mehr zurückfahren und der muss jetzt da hinten langfahren. Glaub ich. Schön wäre es, wenn es so wäre, ne? So, jetzt fährt er bis dahin. Jetzt weiß ich aber nicht, warum er nicht weiterfährt. Er könnte hier doch auf jeden Fall da drehen. Ist zwar ziemlich weit, aber er könnte, ne? Äh, ja. Jetzt haben wir hier, weil ich das überfüllt, das ist jetzt nicht so wild. Findet keinen Weg mehr. Ja, okay, dann müssen wir gucken. Der findet keinen Weg mehr. Wo will der denn hin? Das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich ist das der Zug, der letztes Mal irgendwie untergegangen ist. Äh. Linie. Linie ändern. Ungültiger Eintrag. Wo ist der? Der ist jetzt nämlich da. Dann machen wir jetzt mal einfügen. Und. Den machen wir jetzt mal da hin. Das ist jetzt der ungültige Eintrag, ne? Wenn ich da drauf klicke, dann ist das der Stopp. Ja, dann machen wir den mal, löschen wir den mal raus. Und jetzt sollte der wieder fahren, oder? Der kann jetzt erstmal weg. Und irgendwann wird er sich in Bewegung setzen. Da ist es auch schon so. Jetzt hat er wieder einen gültigen Eintrag. Gut. Jetzt haben wir ihn hier. Der immer noch nicht fährt. So, er hat den ungültigen Eintrag. Deswegen klappt das nicht. Okay. Das weg. Das aufrufen. Das aufrufen. Der ungültige Eintrag ist wo? Da. Irgendwo. Das heißt, einfügen. Hinzufügen. Und löschen. Freier Wegpunkt. War dafür da, dass er da hinten hinfährt. Radolfzern, Süddeutsch, alter Getreidehof, Betriebshof. Radolfzern, Süddeutsch, ist ja hier. Dann fährt er das Gleis. Ne, da ist das falsch. Warte mal. Dann müssen wir den da rauslöschen, denke ich mal. Der soll da lang fahren, weil er da hinten rum soll. Dann fährt der nach da hinten. Genau. Und dann fährt er wieder hier lang. Fährt da lang. Und er soll jetzt noch den eingefügt kriegen. So, den hat er jetzt da, ne? Genau. Und dann soll er da lang fahren, damit er da ankommt und seinen eigenen Weg hat und nicht den anderen fährt. Das war das Ziel. Jetzt hat das geklappt, glaube ich. So, jetzt müssen wir nur gucken, ob er fährt. Ich glaube, er ist schon weg. Ja, der zweite fährt auch. Der ist ja schon da oben. Dann hat das jetzt geklappt. Ich glaube, das haben wir mit dem Flirt einmal wieder hingekriegt. Ja, der fährt. Findet keinen Weg mehr. Das ist schon weg. Findet keinen Weg mehr. Aha. Wo ist denn der Zug? Ah, er findet doch einen Weg. Gut, ich glaube, das passt schon. Das kann jetzt zu. Ich glaube, das war unser umgebauter Bahnhof. Ich weiß nicht, ob Post und Bus hier überhaupt noch ankamen. Verbindung. Wahrscheinlich keine, ne? Straße war Getreide im Markt. Das waren LKWs. Ich glaube, wir holen ja sowieso kein Ding ins Ab. Das lief alles über Zugverkehr, ne? Das ist nur die Frage. Hier wird wahrscheinlich auch Post produziert. Genau so sieht es aus. Aber die Post wird nie abgeholt, wa? Da müssen wir nochmal überlegen dann. Aber das, denke ich mal, machen wir ja nicht jetzt. Das machen wir, wenn wir die ganzen Fahrten da überarbeiten. So, Lilienthalstraße haben wir. Das heißt, wir sind beim nächsten Bahnhof angekommen und das ist dieser hier. So, als erstes sollten wir gucken, dass wir den Schwerlastverkehr hier unten mal sehen. Alter Schweder. Ich glaube, da sind ganz viele, die da gar nicht mehr stehen müssen, oder? Krass, oder? Ah. Fahrzeugdetails ausmustern. Ich glaube, so viele müssen da gar nicht jetzt hin, ne? Ausmustern. 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 So, ich glaube, das ist 1, 2, 3, 4, vielleicht sind es 5. Dann lassen wir die 5 da jetzt draufstehen. Wenn geliefert wird, ist es ja viel, ne? So, jetzt müssen wir hier eine Brücke bauen. Würde ich sagen. So, wie geht das mit der Brücke? Ich glaube, da nicht, ne? Hm. Ich glaube, so geht nur eine Brücke, ne? Weil, ne? 50 kmh. Jetzt müssen die nur wieder irgendwo raus, ne? Machen wir so, oder? Und den machen wir weg. Ne, da ist besser. So, dann können die da wieder rausfahren. Einmal ein Straßenschild da hinten noch hin. Dann passt das. Und hier ist Einmalstraße da. Da müssen sie nur irgendwie reinkommen. Ach ja, jetzt passt so. Alles gut. Haben wir hingekriegt, oder? So, das ist alles soweit umgebaut. Jetzt müssten wir nur gerade... Das kann... WCH weg. Den daher. Den daher. Und... Der muss weg. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir lang genug werden, ne? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hier sieht es irgendwie doof aus, ne? Der Flirt fährt ja schon mal richtig da rein, ne? Brauchen wir diese Weiche? Ja, ich glaube nicht. Haben wir ausgewählt. Kommt die weg. Und dann machen wir den da hin. Oh Gott, auf der Brücke haben sie es jetzt gebaut. Super, oder? Eins ist wieder weg. Aber ging auch, wie wir gerade gesehen haben, ne? Krass, oder? So, was haben wir da jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Gut, da müssen wir noch ein bisschen Erdarbeiten hier gerade machen. So, das waren 13, 14, 15, und dann geht der, das Gleis da rüber, oder? Gut. 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 Da steht nur ein normales Signal. Ich glaube, ich mache das auch nochmal mit einem normalen Signal dahin, ne? Ich glaube, ist besser. Ist das so richtig? Ich glaube schon, ne? Ne, das wollen wir nicht. Das Signal da weg. Und Stellen wir mal da hin, oder? So, das heißt 14, 15, 14, 15. So, sollte fertig sein, oder? Dann ist das schon erledigt. Ich hoffe, das hat jetzt hier so geklappt. Könnte sein, ne? Oberleitungen müssen da noch hin, das ist unser Problem. Gut, dass wir da noch hinterher geguckt haben. Passt. Mach das mal alles zu. Dann haben wir den auch fertig. So, nächster. Ist der da. Oh, oh. Ich glaube, wir gehen daneben mit einem Gleis. Das ist am einfachsten. 1, 3. Ah, der 1, 2, 3, 4. Ach, steht hier da dran, ne? Wie viel länger wir haben. 15. Muss man da einmal Erdarbeiten machen. Und machen wir das Gleis. 15. Und dann das Gleis. Shit. Und sind ein paar zu viel gebaut da. Die wollten wir da eigentlich gar nicht mehr haben, ne? Passt. Oberleitung. Und den Rest können wir wegreißen dann, oder? Das ist ein krasses Teil, was jetzt hier gebaut ist. Jetzt haben wir schon mal die Meldung hier. Findet keinen Weg mehr. Wo will er denn hin? Ah, ja, klar. Er will ja auch. Oh, nur noch freie Wegpunkte. Okay. Wo war der? Der war da mal. Einfügen. Den da. Der war jetzt hier. Na ja, den können wir schon mal löschen. So, nächster ist der. Wo ist der? Das ist der freie Wegpunkt, damit er da hinkommt. Okay. Der will Südostwald. Ich muss das hier mal zumachen. Das ist alles so groß hier. So. Freier Wegpunkt war da. Okay. Wo ist denn das jetzt? Achso, das war ein Nachbargleis, damit der da nicht den Schnellverkehr blockiert. Genau. Das ist hier. Döbeln-Waldweg ist dann da. Freier Wegpunkt ist auch wiederum da. Damit die die Schnellfahrgleise nicht blockieren, war das angedacht. Okay, dann passt das ja sogar. Es war nur ein Punkt nicht richtig. So, gut. Ohne Route. Fahrplan. Kann nicht aufgemacht werden, weil das war der Fahrplan von gerade wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, das gibt sich gleich wieder. Gut. Das war der. Der fährt auch schon wieder. Das ist auch gut. So, jetzt müssten wir mal hier gerade noch ein bisschen aufräumen vielleicht, oder? Machen wir mal die Gleise hier nochmal neu. Ich glaube, ich mache das nach da. Mach das nach da. Wo kommen wir denn da raus? Okay, da. Hören wir da hin. Machen wir das so. Gefallen tut mir das gerade hier nicht, was wir hier machen, weil, ne? Ja, doch, komm, mach mal so. Und den machen wir. Das ist... Der fährt da lang. Und der soll da lang. Hammer, oder? Mach den mal so. Ah, da sollte natürlich nicht so sein hier. Das letzte Stück. Mach da mal gerade ein Ding ins Führ da reinfahren. Wenn sie von da kommen, sollen sie da lang fahren. Und wenn sie von da kommen, sollen sie da lang fahren. Das ist ein interessanter Knotenpunkt hier geworden, ne? Hochspannungsleitungen. Sind gesetzt. Da kann man jetzt da reinfahren. Dieser ist eigentlich zum Durchfahren gedacht. Das heißt, wir machen da ein Signal. Auch nur so hin. Und der fährt dann da lang. So passt's. Der fährt schon da lang. Diese Leitung... Also diese Fahrstrecke war ja nur da reinfahren, ohne irgendwas anderes zu blockieren. Können wir, glaube ich, abreißen. So, die können jetzt da... ...zurückfahren, ne? Können sie aber nicht, weil hier noch so ein Signal steht, was da nicht hin soll. So. Der hat jetzt ein Problem, weil er keinen Weg mehr findet, ja. So, die fahren da rein. Machen wir das Signal da weg. Dann können die bis davor fahren. Das kommt weg. Kommt so. Die können da lang hochfahren. Also hier lang hochfahren. Die können da lang hochfahren. Und kommen auch noch da hin. Und da ist der Einfahrt nach da. So, jetzt fehlt uns nur noch der zweite Gleis. zum Durchfahren, sozusagen, ne? Das ist da. Hochspannungsleitung. Oder... Nicht Hochspannungsleitung, ne? Da fehlt noch was. Jetzt können sie wieder fahren, glaube ich. Der da muss noch weg. Das ist die Strecke nach da. Der kann dann auch weg. So, die fahren da lang. Wer rein will, fährt da lang. Oder da geradeaus. Wer da rein will, fährt da lang. Oder da geradeaus. Wahrscheinlich nehmen sie diesen Bogen sowieso nicht. Weil sie immer da lang fahren. Ja, die nehmen auf jeden Fall diesen Weg, weil es keinen zweiten gibt. Gut. Dann ist das so. Ich glaube, haben wir richtig gemacht, oder? Gleislänge passt. Züge fahren wieder. Hier steht keiner mehr. Ich glaube, das ist es erstmal für diese Runde. Rein von da, rein von da. Durchfahren hier, durchfahren da. Aber dieses Gleis ist Luxus, sozusagen. Weil, ne? Ja, mit freiem Wegpunkt muss man dann da wieder arbeiten, ne? Muss man dann mal gucken, ob, wenn es Stau gibt, kann man das ja machen. Aber zur Zeit gibt es ja keinen Stau. Okay. Falsche Taste. Und alles ist gut. Okay, dann schauen wir mal weiter in der nächsten Runde, wie bei den Schnellzug da oben diese Bahnhöfe machen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir erst durch. Ich bedanke mich recht herzlich für's Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt ihr mit, wenn ich das Video hochlade, das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Ding in Sachschon Video auf anderen Kanälen teilen. Jetzt gucken wir hier gerade noch mal rein. Einnahmen. Das hat mal Betriebskosten. Die Marge ist... Oh, Marge ist nicht mehr schwarz. Das ist schlecht. Da müssen wir aufpassen, dass unsere Kohle hier nicht das Problem wird. Okay. Fahrzeugwert. Haben wir noch was? Ja, aber es ist... Wird schlecht. Wir müssen gucken, dass unsere Kohle wieder kommt. Ich glaube, wir sollten nicht Bahnhöfe weiter ausbacken, bauen, sondern wir sollten schauen, dass wir sowas hier in den Griff kriegen, wo die jetzt gerade so schwierig da gerade alle stehen. Und dann längere Züge, weniger Züge und sowas. Das ist unser nächstes Ziel. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich. Bis dann. Ciao.